Murphy, alles in Ordnung? Ähm, Corporal, stellen Sie ein paar Freiwillige zusammen. Die sollen dieses Pferd zu den Stellen bringen. Nicht zu den Stellen. Sir? In den Choral. Es wird Zeit, das Pferd zu bändigen. Wenn ihr glaubt, dass ihr mich zähmen könnt, müsst ihr verrückt sein. Passt auf, dass ihr euch nicht verrennt. Ihr kriegt mich nicht klein. Seid ihr auch grad so toll in Fahrt? Ich sag euch, das wird richtig hart. Ja, bleibt bloß von mir. Das hier ist kein Spiel. Komm mir nicht zu nah. Riskiert nicht zu viel. Mich rührt keiner an. Ich garantier für nichts. Gebt lieber auf, es hat doch keinen Zweck. Bleibt bloß von mir weg. So, jetzt bin ich dran. Den Willen einer Kreatur darf man nicht rächen. Wenn ihr mich nur benutzen wollt, wird sich das rächen. Oh, seid ihr auch grad so toll in Fahrt? Ich sag euch, das wird richtig hart. Ja, bleibt bloß von mir weg. Das hier ist kein Spiel. Komm mir nicht zu nah. Riskiert nicht zu viel. Lass mich bloß in Ruhe. Ich garantier für nichts. Gebt lieber auf, es hat doch keinen Zweck. Bleibt bloß von mir weg. Bleibt bloß von mir weg. Bleibt weg. Bleib weg, 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 bleib los von mir weg. Sergeant? Ja, Sir? Binden Sie das Tier an den Pfosten. Kein Futter, kein Wasser. Drei Tage. Ja, Sir.